Gehen wir doch zum Sprüche 30, schauen wir uns das an, Sprüche 30. Dann gehen wir hinüber zu unserem Finanzbekenntnis, werden dann in einem Moment die Körbe durch die Reihen geben. Sprüche ist ein interessantes Buch, hast du das auch schon herausgefunden? Da findest du Dinge, die du in keinen anderen Büchern findest. Es sind Weisheiten hier im Buch der Sprüche. Mit anderen Worten, das ist nicht einfach ein lustiges Buch, sondern in der Bibel hat Sprüche seinen Platz. Und der Grund, weswegen wir Sprüche in der Bibel haben, ist, viele Lebensweisheiten sind hier enthalten. Okay? Und so beginnt es eigentlich, das Buch der Sprüche, dass wir uns nach Weisheit ausstrecken sollen, dass wir zuallererst, bevor wir uns nach irgendetwas anderem ausstrecken, irgendetwas anderes erwerben wollen, sollen wir Weisheit erwerben. Weil in Weisheit ein Leben zu führen, ist weitaus angenehmer und bequemer als in Dummheit. Okay? Und Gott möchte nicht, dass wir Toren sind, sondern er möchte, dass wir weise sind. Okay? Nicht weisen, sondern weise sind. Preis dem Herrn. Und so viele interessante Dinge sehen wir hier. Es ist ein, wenn jemand zum Beispiel nicht genau weiss, wo er in der Bibel lesen soll. Hey, das Buch der Sprüche ist ein grossartiger Platz, um zu beginnen. Okay? Und hier heisst es im 30. Kapitel, Sprüche 30, das ist einer dieser Verse, die uns schmunzeln lässt. Sprüche 30, Vers 15. Schauen, was es hier heisst. Der Blutegel hat zwei Töchter. Blutegel. Gib her, gib her. Das sind die Töchter des Blutegels. Der Blutegel hat eine Familie. Zwei Töchter, die sagen, gimme, gimme. Mein Name ist Jimmy. Gib her, gib her. Drei Dinge werden nimmer satt. Vier sagen nie, es ist genug. Was um Himmels Willen will uns die Bibel hier sagen? Hast du dich das auch schon gefragt? Wenn wir genau solche Dinge hier sehen, solche interessante Bibelferse. Nun, er spricht hier von zwei Einstellungen, von zwei Einstellungsarten. Ich erinnere mich, vor vielen Jahren, ich war einmal in Deutschland, ich predigte dort, es war etwas nördlich, und wir hatten ein Seminar dort, und der Co-Pastor erzählte mir, dass 14 Tage vorher, hatten sie auch mit jemandem, jemandem aus Schweden, hatten sie ein Seminar, am gleichen Ort, und die Leute wurden gesegnet, und so waren alle begeistert, nochmals zwei Wochen und später dann ein Wochenend-Seminar mit mir haben zu können. Und er sagte, wir hatten einige Besucher aus der Nachbarstadt, und natürlich müssen die Kosten gedeckt werden für solche Meetings, vor allem, wenn Leute von weiter her reisen. Und so hat der Pastor, der Co-Pastor, hat die Kollekte eingezogen, und am Schluss des Gottesdienstes kam eine Frau auf ihn zu, und sie sagte eben, preis dem Herrn, ich bin nicht hierher gekommen, um etwas zu bringen, sondern um mich bedienen zu lassen. Ich bin nicht hier, um zu geben, sondern um zu empfangen, deswegen bin ich gekommen. Und deswegen zieht ihr ein Opfer ein, zieht ihr eine Kollekte ein. Und, äh, was sagt man hierzu? Scheinbar eine Tochter des Blutegels. Was sagt die Tochter? Gib mir, gib mir, ich bin gekommen, um zu empfangen. Bedient mich. Ich bin hier, um etwas zu empfangen und zu erhalten. Also komm, ich bin nicht gekommen, um zu geben, sondern zu empfangen. Und das sind zwei Einstellungsarten. Denn gib mir, gib mir, das ist die eine Einstellung. Und ich sage dir eins, in dem Moment, wo diese Einstellung auch zum Beispiel in einer Ehebeziehung ständig und konstant durchdrückt, wird sie scheitern, die Beziehung. Denn es gibt zwei Arten von Menschen. Givers und Takers. Okay? Geber und Nehmer. Und stell dir vor, könnte eine Ehe funktionieren mit Blutegel? Könnte eine Ehe funktionieren mit, gib mir, gib mir, ich bin in diese Ehe hineingetreten und habe dich schliesslich geheiratet? Damit du mir geben kannst. Damit du mir gibst und gibst. Nein, so funktioniert keine Ehe, stimmt's? Sie wird früher oder später scheitern. Sondern es ist ein Geben und ein Nehmen. Givers and Takers. Also geben und nehmen. Und traurig zu sagen, aber auf dieser Erde gibt es Sauger und Säher. Denn das ist, was der Blutegel tut, stimmt's? Er saugt die ganze Zeit. Und das ist nicht das, was Gott möchte. Gott ist nämlich ein Geber. Stimmt's? Gott hat dich nie ausgesaugt. Gott wird nie als Blutegel auch dargestellt in der Bibel. Sondern er ist der Geber. Er ist der, der sät, der gibt. Denn so sehr hat er die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Der Hauptausdruck von Gottes Liebe. Saugen ist niemals die Natur von unserem Vater. Sondern immer zu geben. Und das möchte er, dass wir das mehr und mehr lernen. Siehst du das? Und das geht es hier. Er möchte, dass wir mehr und mehr lernen, dass, wo immer wir sind, ob es am Sonntag im Gottesdienst sind, ob es unter der Woche ist, am Arbeitsplatz, zu Hause, Halleluja. Jesus ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Das ist die Natur unseres Vaters. Und er möchte, dass wir lernen, mehr und mehr ihm zu dienen, mehr und mehr zu geben, von ihm zu geben, anderen Menschen zu geben. Und das ist das Wunderbare. Es geht nicht darum, was kann ich rausholen, sondern was kann ich reinbringen. Okay, für alle Verheirateten heute Morgen. Okay, es geht nie darum, was kannst du aus einer Ehe herausholen, sondern was kannst du hineinbringen, in eine Ehe mit hineinbringen. Praise the Lord. Also, der Blutegel hier, Vers 15 von Sprüche 30, das sind zwei Einstellungsarten. Die eine ist die saugende Einstellung, die andere ist die dienende, gebende Haltung. Und dann sagt er, dass vier sagen, es ist nie genug. Es ist nie genug. Genauso eine falsche Einstellung, zu sagen, es ist nie genug, es ist nie genug. Sondern, wenn wir lernen, preis dem Herrn, diese gebende Haltung zu haben, dann sind wir auch in Zeiten, wo wir den Gürtel enger schnallen müssen, sind wir happy und zufrieden. Hast du das gewusst? Den Gürtel enger zu schnallen, in gewissen Engpasszeiten, ist nicht ein Akt des Unglaubens, sondern oftmals ein Akt des Glaubens. Du weisst, für diese Zeit, den Gürtel enger zu schnallen, das ist nicht einfach, über seine Verhältnisse und Bedürfnisse hinaus zu leben. Das ist etwas, was wir unseren Jungen lernen, beibringen müssen, unseren Kindern, unseren Teenagern beibringen müssen, hier in der Church, in der Gemeinde. Amen. Siehst du, wenn sie nicht den Umgang mit Geld hier lernen, wo lernen sie ihn? Durch das, was sie sehen, was die Freunde tun. Stimmt's? Durch das, was sie sehen, was in der Schule läuft. Wenn wir ihnen nicht hier beibringen, den Umgang mit Geld, den Umgang mit Sexualität, wo lernen sie es? Da draussen. Deswegen ist in der Gemeinde, in der Church, ist immer der Platz, immer, konstant ist der Platz, um über diese zwei Dinge zu sprechen, Sexualität und Finanzen. Immer. Weil wenn die Leute es hier nicht lernen, lernen sie es irgendwo anders. Und die Bibel hat uns so viele wunderbare, weisheitliche Ratschläge in diesen Dingen. Amen. Und das müssen wir unseren Teenagern beibringen. Hey, es geht, hör, nicht über zu, über zu auszugeben, also, wie sagt man auf Deutsch, über die Verhältnisse zu leben. Overspending im Englischen. Nicht über die Verhältnisse zu leben und dies und das nicht in die Schulden hinein zu geraten, bloß wegen einem Handy. Come on. Nicht in die Schulden zu fallen, nicht in die Schuldenfalle hinein zu tappen, einfach, weil das neueste iPhone 5S BC im Moment auf dem Markt ist. Dabei haben sie schon das neue iPhone 5S. Was, die hatten schon das iPhone 5S? Es geht um das Prinzip. Nicht immer das Neue ist, den neuesten Trend und, 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 und dadurch eben über die Verhältnisse zu leben. Und dann Schulden abbezahlen zu müssen für die nächsten 5 Jahre. Okay? Für die nächsten 5 Jahre. Nun, wenn wir es ihnen gesund beibringen, dann haben wir unseren Job erfüllt, unsere Aufgabe erfüllt. Amen. Und wir alle können dazu beitragen. Also, der Blutegel, von denen wir, zu denen wir nicht gehören, er hat diese zwei Töchter. Gib her, gib her. und wir sind keine Sauger, sondern wir sind sehr. Praise the Lord. Lass uns aufstehen, zusammen. wir sind dem Herrn so dankbar, für jeden Betrag, der reinkommt, für die Amortisation. Diese Woche kamen wieder 600 Franken rein, für unsere Amortisation, was wir hier haben. Und, wir haben preist dem Herrn, sind auf einem super, super Weg. und danken dem Herrn, für jeden Euro, für jeden Franken. Wir halten dieses Bekenntnis aufrecht. Wir sprechen hier in der Grace Family Church, jeden Sonntag, dieses Finanzbekenntnis. Und, das kannst du übernehmen, für dich zu Hause. Okay? Wenn wir es hier nicht lernen, wo lernen wir es sonst? Okay? Der beste Finanzmanager ist Gott. Der allerbeste. Und er hat uns schon alles gezeigt und gegeben, damit wir erfolgreich sein können, wenn wir seine Prinzipien anwenden. Und weisst du, was das wichtigste Prinzip ist, das du anwenden kannst, was direkt in die Beziehung mit Jesus hinein mündet? Dankbar zu sein. Dankbarkeit. Halleluja. Denn so beginnen wir. Danke, Herr, für dieses Haus. Danke, dass er uns das gegeben hat. Das ist nicht selbstverständlich. Und danke für dieses Land. Amen. Also, lass es uns sagen. Danke, Herr, für dieses Land. Danke, 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 Herr. Danke, hey, dank dem Herrn für das, was er dir gegeben hat. Hast du ein Haus? Sei dankbar. Amen. Hast du eine Wohnung? Sei dankbar. Hast du ein Zelt? Sei dankbar. Amen. Hast du kein Auto, doch kein Fahrrad? Sei dankbar. Amen. Thank you, Jesus. Das nächste ist, Schulden werden getilgt. Das ist, was wir aussprechen. Die Dinge, die wir aussprechen, glauben wir. Schulden werden getilgt und Hypotheken reduziert. Geschäfte florieren. Hast du ein Business? Hast du ein Geschäft? Dann soll es florieren, in Jesu Namen, ohne Sommerflaute. Und das nächste ist, ich habe finanzielle Gunst und ich bin ein Segen für andere. Um das geht es immer, um ein Blessing, ein Segen für andere zu sein. Amen und Amen. Vater, wir danken dir, dass wir heute Morgen die Möglichkeit haben, in dein Reich zu investieren, zu geben. Danke, Vater. Du bist unser Versorger. Du bist der Versorger von jeder einzelnen Person, die heute Morgen hier ist. Halleluja. Danke, Herr, dass diese Offenbarung, dass du der Versorger bist, dass du ihn warst und dass du ihn bleiben wirst, der Versorger. Danke, Jesus, dass du das den Menschen offenbar machst. Amen und Amen und Amen. Er ist immer dein Versorger. Das Buch Ruth im Alten Testament ist ein grosses Bild vom Evangelium. Denn Ruth findet Boaz. und Boaz, ihr Blutsverwandter, ist ein Bild für Jesus. Das Alte Testament ist voll, voll von Bildern von Jesus, voller Typologie, so nennen wir das. Und Jesus selber sagte den Ermausjüngern, als er auf dem Weg mit ihnen war und er eröffnete ihnen die Schriften und er zeigte ihnen, was die Schriften, das heisst das Alte Testament, was es spricht und zwar auf ihn bezogen. Er legte ihnen von den Büchern Mose über die Propheten bis hin zu den Psalmen. Das kannst du alles lesen in Lukas 24. Legte er ihnen aus, was die Schriften zu sagen haben, auf ihn bezogen. Das bedeutet, von was redet das Alte Testament? Jesus. Ganz genau, das Alte Testament ist voller Jesus auf jeder Seite. In jeder Geschichte. Und somit ist Ruth genauso ein Bild für Jesus. Das Buch Ruth, eine Geschichte von Jesus. Und wenn wir es genauer anschauen, und das haben wir in den letzten zwei Mal gemacht, ist es ein Bild des Evangeliums. Das Buch Ruth zeigt das Evangelium. Halleluja. Und es zeigt das Evangelium in einer wunderbar schönen Form und zwar als Liebesgeschichte. Deswegen ist es die Liebesgeschichte der Erlösung. So nennen wir das Buch Ruth. Nun Ruth, sie ist eine Moabiterin. Sie ist keine Jüdin. Also sie ist schon mal grundsätzlich vom falschen Land. Oder von der falschen Nationalität. Sie hat all die Vorzüge und Vorrechte nicht, die Israeliten in dieser Zeit hatten. Sie hat einen falschen Passport. Eine falsche Vergangenheit. Eine falsche vergangene Familie. Sie ist Moabiterin. Sie ist sozusagen aus den Heiden. Sie ist nicht jüdisch. Und trotzdem lernt sie Gott kennen. Denn sie sagt zu ihrer Schwiegermutter, welche Jüdin ist, Noemi, sie sagt, dein Gott ist auch mein Gott. Und so ziehen beide nach dem Tod ihrer Männer, Noemis Mann stirbt, Ruths Mann stirbt, wegen einer Hungersnot. Sie ziehen zurück nach Israel, denn Noemi und ihr Mann haben sich im Land der Moabiter niedergelassen und dort haben ihre zwei Söhne, zwei moabitische Frauen, geheiratet. Und so kehren sie zurück nach Israel. Nur noch sie, Ruth und ihre Schwiegermutter. Und sie kehren zurück. Sie sind arm. Sie sind verwitwet. Sie haben keine Zukunft wirklich. Sie haben keine Hoffnung wirklich. Ausser Ruth. Sie sagt, dein Gott ist mein Gott. Und sie hält somit die ganze Familie, die nur noch aus zwei Personen besteht, über Wasser. Aber wir müssen eins verstehen, dass Ruth ist eine arme Witwe. Sie hat keinen Beruf, sie hat keine Ausbildung, die in Israel zählen würde. Sie hat keine Qualifikationen. Sie ist eine Ungelernte aus einem fremden Land. Sie hat keinerlei Perspektive. Sie sind so arm, dass Ruth auf die Felder gehen muss und dort helfen muss, die Gaben aufzulesen auf den Ehrenfeldern. So arm sind sie. Wir werden in einem Moment schauen, was das eigentlich für ein Bild da auch ist. Also, Ruth und Naim, sie sind so arm, dass Ruth für den Lebensunterhalt sorgen muss. und damit sie eigentlich ihrer Schwiegermutter diese Demütigung ersparen kann oder ersparen würde, würde sie auf diese Felder gehen und die Ehren und die Gaben zusammenlesen. Weil für die armsten Menschen in dieser Zeit war das die letzte Hoffnung. Sie würden auf die weiten grossen Felder gehen in Israel. Die Schnitter würden vorausgehen, würden das Feld abmähen und hintendrein würden die Frauen zusammenlesen, zusammenbinden, auf den Wagen schmeissen und das, was übrig bleibt, das, was liegen bleibt, das dürfen sie in ihre eigene Tasche stecken. Das heisst, sie arbeiten für jemand anderen. auch die Schnitter, sie arbeiten für diese Feldherren. Sie arbeiten, sie binden und so verdienen sie ihren Lebensunterhalt und die Ärmsten der Ärmsten, das sind diejenigen, die zusammenbinden und dann vom Resten, der umherliegt, sich ein Abendessen kochen können, das knapp ausreicht. Das ist die Situation von Ruth und das war in dieser Zeit auch für eine Frau wie Noemi eine Demütigung, wenn sie das tun müsste. So erspart Ruth diese Demütigung der Noemi. Sie sagt, bleib du zu Hause, ich gehe auf die Felder und ich sammle für uns, ich werde für unseren Lebensunterhalt sorgen und so tut sie das und sie tut das mit Fleiss. Schauen, was es heisst hier in der Bibel. Es heisst eben Ruth im zweiten Kapitel und im Vers 7 Ruth 2 und Vers 7 Lasst mich doch auflesen und zwischen den Garben sammeln hinter den Schnittern her und sie kam und blieb von morgen an bis jetzt. Sie bleibt nicht lange zu Hause sitzen. Das war harte Arbeit. Von morgen früh bis abends spät sammelt sie dieses Korn nicht für sich in erster Linie sondern sie schmeisst es auf den Wagen gebunden den Resten den packt sie ein. Den Resten packt sie ein. Das war die Situation. Also wir reden hier von einer armen und armseligen Situation. Ruth kann nämlich nicht mehr auf Vitamin B zählen. Sie ist ja in einem anderen Land und sie hat ihren Mann verloren. und Naomi hat ihren Mann verloren. Sie können auf nichts mehr zählen sondern sie müssen sich hart durchbringen. Nun aber dank sei Gott dass in dem Moment wo sie aufs richtige Feld kommt kommt etwas in ihr Leben hinein. Etwas kommt in ihr Leben hinein und es ist Gottes Gunst das in ihr Leben hineinkommt. Siehst du wenn wir unter Gnade kommen dann bedeutet das nicht dass wir aufhören aufhören zu arbeiten. gewisse Leute haben diese Idee wenn ich wenn ich in Gnade bin oder unter Gnade komme dann kann ich aufhören zu arbeiten und alles passiert so nein das ist Blödsinn sondern wenn wir unter Grace kommen dann ist sogar Arbeit die mühsam und hart ist wird grossartig belohnt. Dann siehst du Ruth ist auf diesem Feld auf dem richtigen Feld auf diesem Feld von Boaz. Nun die Arbeit hier auf diesem Feld ist hart. Die Arbeit auf diesem Feld ist hart aber weisst du was wir sehen das nachher Boaz greift ein Boaz greift in ihre Situation ein und er segnet sie wow gewaltig machen wir einen Sprung hier zum Vers 15 Ruth 2 Vers 15 lesen wir hier 2-3 Verse schauen was es hier heisst Ruth ist jetzt auf diesem Feld ist harte Arbeit die sie leisten muss und trotzdem ist sie unter Gunst schauen was es hier sagt als sie wieder aufstand um Ehren aufzulesen da gebot Boaz seinen Knechten und sprach lasst sie auch zwischen den Garben auflesen und tut ihr nichts zu leide nächste Vers und ihr sollt auch aus den Ehrenbündeln etwas für sie herausziehen und es liegen lassen damit sie es auflesen kann niemand anderem wurde das angeboten denn das was so einfach auf die Seite fällt während dem auflesen das dürfen sie normal nehmen aber Boaz Jesus greift ein und er sagt seinen Schnittern er sagt seinen Knechten nimmt ein paar gute Bündel in die Hand zieht sie raus und lasst sie so zufällig fallen lasst sie einfach so fallen so dass sie immer genug hat damit sie sich versorgen und ihre Schwiegermutter versorgen kann so dass sie es auflesen kann siehst du Boaz interveniert wenn Jesus interveniert dann verändern sich Dinge in unserem Leben selbst dann wenn du ein hartes Los hast wenn Jesus interveniert verändern sich die Dinge Halleluja dann verändern sich die Umstände schau an im Vers 17 das ist der nächste Vers schau an was hier passiert so las sie auf dem Feld bis zum Abend und als sie ausgeklopft hatte was sie aufgelesen hatte war es etwa ein effagerste das sind Masse die wir nicht mehr kennen ok so weil wir haben andere Masse was ist das Mass hier was ist ein Heffer hier ist das Mass das sind entweder 17 Kilogramm oder 22 Liter ok das ist das Mass hier je nachdem wie man es anschaut das ist was sie für sich sammelt ok so viel sammelt sie für sich jemand hat das mal ausgerechnet und jemand hat gesagt wenn sie so weiterarbeiten würde etwa zwei Monate lang immer diese etwa 17 Kilogramm noch für sich auflesen kann dann würde sie nach etwa zwei Monaten ihren ganzen Jahres Bedarf gedeckt haben das ist Gunst that's Grace Halleluja das ist Jesus Amen denn er ist immer mehr als genug niemand anderer hatte diesen Vorteil niemand anderer hatte dieses Vorrecht aber sie hatte dieses Vorrecht siehst du was wir hier für eine Lektion erhalten ist diese nochmals das Buch Ruth wir sind erst im zweiten Kapitel wir haben vier Kapitel hier also wir werden sicher noch nächstes Mal darüber sprechen das Buch Ruth ist ein Bild eine Liebesgeschichte des Evangeliums ein Bild des Evangeliums und das Buch Ruth zeigt uns auf was Jesus tut und wer Jesus ist durch Boas und wenn du denkst ja aber wie können wir sagen dass Boas oder wie kannst du sagen dass Boas ein Bild von Jesus ist zeigst dir Vers 20 Ruth 2 Vers 20 hier siehst du dass Boas ein Bild vom Erlöser ist da sprach Naemi zu ihrer Schwiegertochter gesegnet sei er von dem Herrn der seine Gnade den Lebendigen und den Toten nicht entzogen hat und Naemi sagte ihr der Mann ist mit uns nahe verwandt als Boas er gehört zu unseren Lösern Jesus er gehört zu unseren Lösern und jetzt hänge nur noch das E und R vorne an Erlöser Halleluja Boas ist der Löser der Blutsverwandte ein Bild vom Erlöser Halleluja ein wunderbares Bild von Jesus David ist ein Bild von Jesus Josef ist ein Bild von Jesus so viele Charakter die wir sehen sind Bilder von Jesus Typen wir nennen es Typologie und hier sagt sie er gehört zu unseren Lösern er ist mit uns verwandt und somit ist das ganze Buch Ruth ist ein Bild wie Gott die Heiden erlöst das heisst weil ja Ruth nicht von den Juden stammt sondern von den Moabitern stammt ein heidnisches Volk ein Volk das unter Fluch leben musste ein Volk ausgeschlossen von den rechten Bürgerrechten von Israel ein Volk das nichts zu tun hatte mit diesem Gott Israels und diese Frau diese Ruth für dieses Volk da steht ist es ein Bild von wie Gott die Heiden rettet wie Gott die Nationen rettet wie Jesus für uns für dich und mich gekommen ist Halleluja Jesus ist für dich und mich gekommen und er hat dich und mich gerettet aus den Nationen heraus so nennt es die Bibel aus den Heiden heraus denn wir sind ja nicht Juden sondern wir sind Schweizer Franzosen Deutsche und 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 so hat Jesus ein Bild hier gegeben wie er Moabiter Nationen rettet Halleluja und Ruth steht hier stellvertretend Ruth steht hier stellvertretend Preis dem Herrn also das ist hier das Bild Jesus interveniert er greift ein was greift ein interveniert und sie kommt unter was unter Versorgung Jesus ist ein Versorger und wenn er interveniert dann ist er an deiner Versorgung interessiert siehst du so viele Leute sagen aber in der Bibel lass uns über geistliche Themen reden und nicht über solche Themen weisst du was die Bibel ist voll von solchen Themen die Bibel ist voll davon wie Gott möchte dass es dir an Geist, Seele und Leib wohl geht und er interveniert weil es ihn interessiert ob du versorgt bist oder nicht deswegen interveniert er weil er interessiert daran ist weil er daran interessiert ist simpel und einfach halleluja wo sehen wir das reale siehst du hier sehen wir es im Bildmodus in Typologie wo sehen wir das reale 2. Korinther 8 Vers 9 schau an was es dort heisst 2. Korinther 8. Kapitel und der 9. Vers denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus dass er obwohl er reich war um euret Willen arm wurde damit ihr durch seine Armut reich würdet Jesus ist daran interessiert dass es uns wohl geht dass es uns gut geht und sein Kommen sozusagen als Gottes Sohn auf diese Erde war für ihn ein Schritt in die Armut aber er hat das gemacht damit wir reich sein können und deswegen interveniert hier Boas er widerspiegelt hier das was Jesus durch seine Gnade getan hat Halleluja er widerspiegelt genau das wenn wir die Typen sehen im Alten Testament dann finden wir das Erfüllte immer im Neuen ok dann finden wir es hier in Bildform aber im Neuen Testament finden wir es durch Jesus erfüllt nun lass uns nochmals zurückgehen zu Ruth Ruth zweites Kapitel wir sind immer noch da Ruth zweites Kapitel und lasst uns ab Versacht reden hier lesen ab Versacht da sprach Boas zu Ruth hörst du meine Tochter du sollst auf keinem keinen anderem Acker gehen um aufzulesen und begib dich auch nicht weg von hier sondern halte dich da zu meinen Mäkten Boas sagt dir bleibe hier auf meinem Land und er sagt dir das weil er etwas Gutes tun will dann sagt er im Vers 9 dein Auge sei auf das Feld gerichtet wo sie schneiden hier spricht er die Schnitter an und geh hinter ihnen her habe ich nicht den Knechten geboten dass dich niemand antasten soll und wenn du Durst hast so geh hin zu den Gefässen und trinke von dem was die Knechte schöpfen Vers 10 da fiel sie auf ihr Angesicht neigte sich zur Erde und sprach warum habe ich vor deinen Augen Gnade gefunden dass du dich um mich kümmerst da ich doch eine Fremde bin sie ist keine Jüdin sie ist eine Moabiterin sie ist eine Fremde warum habe ich Gnade gefunden warum Gnade wird nicht erst in deinem Leben sondern ist schon Grace ist schon geworden durch eine Person durch Jesus Christus denke ich denke nicht dass Gnade noch wird sondern sie ist schon da was du verstehen musst was ist Gnade was ist Gnade Gnade ist Gunst Gunst wird nicht erst in deinem Leben Gunst ist schon geworden das ist die Definition von Gnade Gnade ist immer unverdiente Gunst Nun dritte Definition weil es gehört alles zusammen was ist Gunst Gunst ist Bevorzugung und das ist was Jesus tut er bevorzugt dich konstant er bevorzugt dich konstant das ist was er tut er tut nichts anderes Ruth sagt weswegen habe ich Gnade gefunden weswegen habe ich Gunst gefunden Weswegen Boss bevorzugst du mich Weswegen Simpel und einfach Einfach weil Jesus so ist Simpel und einfach weil es seine Natur ist weil es sein Wesen ist Gott ist ein guter Gott und er entscheidet nicht ob er gut ist aufgrund deiner Fähigkeiten und Qualifikationen oder aufgrund von dem ob du die Dinge richtig machst oder nicht richtig machst Gott hat schon entschieden gut zu sein weisst du was was mir mit Ruth zudem noch einfällt Gott beruft nie diejenigen die qualifiziert sind sondern er erwählt immer die unqualifizierten er nimmt nie die qualifizierten und die die sie auf der Reihe haben sondern er erwählt immer die jenigen die keine hoffnung mehr haben die keine qualifikationen haben die nichts haben die er wählt er die nimmt er weil denen kann er die gnade erweisen solange du an deinem leben arbeitest wird gnade nicht mehr kommen come on solange du an deinem leben am arbeiten bist ist er verhindert weil gott er welt immer die unqualifizierten er welt sich das aus was keine hoffnung mehr hat hast du auch schon gehört vertraue auf jesus hast du auch schon gehört vertraue einfach auf jesus wir sagen so schnell vertraue auf jesus und dann gehen wir zurück an die arbeit dann gehen wir zurück und wir versuchen die dinge zu reparieren wir versuchen die dinge wieder ins reine zu bringen wir versuchen die dinge so zu steuern und so zu lenken und verknüpfen damit wir ja möglichst gesegnet sind er nimmt immer das was nicht qualifiziert ist immer halleluja always er nimmt immer das unqualifizierte halleluja und dort kann er am meisten tun heisst das dass du keine ausbildung mehr machen musst nein absolut nicht mache ausbildung mache schulbildung mache das studiere wenn du kannst an der universität sei einfach geführt vom herrn das bedeutet nicht dass du nichts tun musst aber siehst du was bedeutet vertrauen was bedeutet vertrauen vertrauen bedeutet sein Leben nicht in die eigenen hände zu nehmen sondern in die hände jesu zu legen that's trust halleluja weswegen habe ich solche gnade gefunden schau dir das an vers 11 da antwortete boas das ist die antwort auf ihre frage weswegen habe ich solche gnade gefunden warum begünstigst du mich so sehr bevorzugst du mich so sehr das ist die antwort boas antwortete und sprach zu ihr es ist mir alles erzählt worden es ist mir alles erzählt worden was du an deiner schwiegermutter getan hast also lass mich eins klarstellen gott begünstigt dich nicht wegen deiner schwiegermutter nein sondern der erste satz bis zum komma das ist der entscheidende es ist mir alles erzählt worden ruth hat nichts getan ging sie zu boas und hatte ein vorstellungs gespräch schrieb sie boas einen brief wie arm sie ist und wie armselig sie sind oder wie toll sie ist oder was für eine gute frau sie wäre hat sie ihm eine mail geschickt hat sie irgendetwas gemacht das er von ihr gehört hat nothing nichts sie hat nichts gemacht das boas von ihr hätte hören können von ihr direkt sondern boas hat von ihr gehört und das macht es zu grace boas hat von ihr gehört aber nicht über sie mit ihr hat es nichts zu tun sie hatte keine eigenen werke hier mit involviert sie hat nichts gesagt sie hat nichts geschrieben keine eigenen werke absolut nichts und trotzdem hat er gehört trotz kennt er sie manchmal haben wir den eindruck wir müssen gott etwas nachhelfen so hey ich bin auch noch hier 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 kennst du das gott du siehst immer die anderen und alle anderen sind so gesegnet und allen anderen geht so gut ich bin auch noch da lass uns Rauchzeichen machen damit er uns sieht lass uns irgendetwas machen damit er von uns Notiz nimmt Leute denken so aber weisst du was die Folge ist weisst du Gott nimmt dann Notiz von dir wenn du mehr betest Gott nimmt Notiz von dir Gott wird dich mehr beachten wenn du endlich jetzt mal diese versprochenen 30 Tage zu fasten beginnst die du vor x Jahren einmal versprochen hast vor x Jahren dein Gelübde abgelegt hast Leute wollen sich bemerkbar machen hey Gott ich bin auch noch da hey Gott weiss dass du noch da bist und er schickt das hey zurück denn hey ist grace Amen hey wie oftmals haben wir uns schon so gefühlt andere werden bevorzugt andere haben all das gut andere haben den Segen hey ich bin doch auch noch da wir müssen uns nicht bemerkbar machen denn wenn wir uns bemerkbar machen dann wollen wir eingreifen wir sollten nicht eingreifen wir sollten nicht eingreifen wir sollten ihn machen lassen wir sollten ihn machen lassen simpel und einfach ihn machen lassen manchmal machen sich leute untereinander bemerkbar indem sie sich anbieten und indem sie sich empfehlen empfehlen Paulus redet sogar darüber dass er sich nicht empfehlen muss oder Empfehlungsschreiben senden muss dass er solch ein guter Prediger ist um in anderen Kirchen predigen zu können nein wir brauchen uns nicht zu empfehlen denn wenn wir uns selber empfehlen wollen wollen wir die Türen öffnen er will die Türen für dich öffnen ich habe von dir gehört und es ist mir alles erzählt worden Jesus kennt dich und er kennt dein alles er kennt alles von dir und es ist ihm alles schon bewusst alles halleluja und weisst du was das ist sehr beruhigend das ist sehr beruhigend denn aufgrund von dem aufgrund von seinem Blut hat er uns vergeben denn als er am Kreuz hing hat er all unsere Sünden vergeben vergangene gegenwärtige und zukünftige weil er schon alles weiss er weiss es schon und deswegen ging er ans Kreuz er ging ans Kreuz und mit einem einmaligen Opfer hat er alles vollendet denn Vergebung kommt aufgrund von Blut vergießen nicht aufgrund von deinen Bekenntnissen Hebräer 7 Vers 22 schau dir das an Vergebung kommt nicht aufgrund von unserer Busse oder von unseren Bekenntnissen Vergebung kommt aufgrund von dem dass er am Kreuz hing 9 22 Entschuldige Hebräer 9 22 Und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt und ohne Blut vergießen geschieht keine Vergebung Auf was kommt Vergebung aufgrund von was aufgrund von seinem vergossenen Blut und nicht aufgrund von unseren Bekenntnissen aufgrund von seinem Blut ist Vergebung da weil er kennt dich er kennt den Rest deines Lebens Halleluja weil er für dich gute Dinge vorbereitet hat so wie für Ruth er hat Dinge bereitet diese Epheser 2 Vers 10 wenn du denkst dass Dinge die vor dir liegen nur noch Bach abgehen dann glaubst du nicht an den selben Gott wie ich es tue und das ist was er uns sagen will denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken die Gott zuvorbereitet hat damit wir in ihnen wandeln sollen das ist Gunst that's grace das ist Bevorzugung das ist Gunst das ist Gnade er hat die Dinge vorbereitet und er hat einen guten Plan und siehst du deswegen ist das Bild von Ruth so sehr da Ruth hat keine Qualifikation sie kommt vom falschen Hintergrund und sie kommt zu Jesus sie kommt zu Boaz und der hat schon bereits gute Dinge für sie geplant weil er sie schon vorher kannte bevor sie realisierte dass eigentlich er dass sie bekannt war bevor sie realisierte dass sie bei ihm bekannt war hat er schon Gutes geplant er sagte bleib auf diesem Acker bleib auf diesem Feld geh auf kein anderes Feld geh nicht zu den anderen Schnittern geh nicht zu den anderen Feldherren sondern bleibe hier auf meinem Acker okay bleibe einfach hier das ist was Jesus sagt stay in Graceland bleibe hier bleibe auf dem Feld der Gunst und das ist was sie tut und so offenbart er ihr weswegen sie Gnade gefunden hat weil es seine Natur ist weil er sie schon kennt weil er von ihr schon alles weiss ist das nicht ein Bild für unseren Gott der uns schon komplett kennt dann wenn wir schwierige harte Zeiten durchmachen dann wenn wir das Gefühl haben wir müssen unten durch oder wir gehen unten durch dann weiss Gott schon das Ende dann hat er schon geplant für das Ende dann hat er schon geplant wie du rauskommst wie du aus diesem Problem wieder den Ausweg findest das hat er schon geplant gesetzt und sieht es schon voraus deswegen gibt es nie einen Grund aufzugeben never ever niemals gibt es egal wo du stehst egal wo du machst es gibt nie einen Grund aufzugeben never ever weil Gott schon das Ende das zum Guten führt geplant hat Halleluja für uns scheint es eine lange Zeit für uns scheint es eine Zeit jetzt unten durch zu müssen aber er sieht schon den Ausweg weil was in Epheser 2 Vers 10 steht ist er hat Gutes für uns geplant er hat Gutes voraus geschickt er hat Gutes für uns in der Zukunft Halleluja aber lass mich das noch einfach klären Grace ist vor allem auch für jetzt und für die Zukunft weil Gnade beginnt jetzt Gunst an Gunst zu glauben beginnt jetzt ok wenn wir nicht glauben dass er uns bevorzugt und dass er uns gnädig gestimmt ist dann erwarten wir nicht dass er uns etwas Gutes gibt und das ist das was unser Leben so sehr ausmacht als gläubige Christen erwarte konstant etwas Gutes erwarte dass Gott dir heute noch etwas Gutes tut in Taten Wahrheit er tut dir gerade jetzt etwas Gutes weil du die richtige Predigt hörst Amen er tut dir gerade jetzt etwas Gutes erwarte immer das Gute weil Gott ein guter Gott ist niemals erwarte nichts oder wenig Erwarte viel und erwarte viel Gunst Ruth ihre Gunst beginnt erst wo endet ihre Gunst sie heiratet den richtigen Mann ein Bild das wir mit dem richtigen lehrt sind wir sind die Braut Amen wir sind nämlich die Braut Christi Amen Jesus hat sich eine heidnische Braut genommen deswegen Ruth aus den Moabitern sie heiratet und er hat eine heidnische Braut genommen Josef als er dort in Ägypten war er wurde versklavt er wurde verkauft nach Ägypten von seinen Brüdern als Josef dort in Ägypten war er heiratete keine Jüdin sondern eine einheimische Ägypterin ein Bild dessen dass Jesus die Braut Jesu sind die Nationen Halleluja sind die Nationen Jesus hat sich eine Braut aus den Nationen genommen oh ja Israel wird folgen weist dem Herrn aber wir sind deswegen haben wir diese Bilder von Ruth Moabiterin und weisst du was hier noch etwas anderes die Bibel spricht von uns als Braut und nicht als Braut Jungfern du hast genug Öl oh aber Pastor Erich du kennst doch du hast doch sicher auch schon die Bücher gelesen oder die Predigten gehört von den fünf Jungfrauen von den zehn Jungfrauen fünf schaffen es und fünf schaffen es nicht fünf haben genug Öl gerade reicht es noch und bei den anderen fünf die sind auf Ölsuche sie sind auf Ölsuche aber es reicht ihr nicht mehr die Pipeline zu bauen und so haben sie zu wenig Öl so oftmals haben wir gehört gehörst du zu denen die genug Öl haben gehörst du zu denen die aufgefüllt sind und wir haben gehört gehörst du zu den Brautjungfern die bereit sind für das Kommen des Herrn gehörst du zu den fünf die bereit sind und sich vorbereitet haben keiner von euch gehört zu den fünf die bereit sind und sich vorbereitet haben weil ihr nicht die Brautjungfern seid sondern weil ihr die Brautchristi seid hey 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 nirgends in der Bibel redet er von uns als Brautjungfern never ever sondern wann es immer darum geht redet er zur Gemeinde zu den Gläubigen redet er als seine Frau seine Braut die Frau des Christus die Braut des Christus Halleluja und weisst du warst du schon mal an einer Hochzeit die Brautjungfern sind nicht die Braut der Mann heiratet kein Harem sondern eine Braut und das sind die die den Strauss versuchen zu fangen am Schluss weil sie die nächsten sein wollen die nächsten Bräute das ist Evolutionslehre von Brautjungfern zu Bräuten sie wollen ja Bräute sein deswegen wir werden nie als Jungfer sondern wir sind preis dem Herrn mit Christus liebt er hat uns genommen Jesus hat schon ausgewählt Amen er hat schon ausgewählt und wenn er gewählt hat dann bist du bereit gemacht via seine Erwählung via seine Erwählung Gunst beginnt erst im Leben von Ruth Gunst nimmt von jetzt an nur noch zu nur noch zu nur noch zu nur noch zu weil sie ist auf dem richtigen Feld sie ist versorgt mehr als alle anderen und am Schluss Halleluja es zilliert mit Boas es ist mir alles erzählt worden es ist mir alles erzählt worden und dann der nächste Vers Ruth zweites Kapitel Vers 12 der nächste Vers Ruth zweites Kapitel Vers 12 darum gedenkt daran dass ihr der Herr vergelte dir deine Tat und dir werde voller Lohn zuteil von dem Herrn dem Gott Israels zu dem du gekommen bist um Zuflucht zu suchen unter seinen Flügeln Gott ist daran interessiert dass es dir wohl geht und unter seinen Flügeln Halleluja unter seinen Flügeln ist alles was wir brauchen alles Schutz Sicherheit Versorgung Heilung all you need is there Vers 13 nächste Vers und sie sprach mein Herr lass mich Gnade finden vor deinen Augen denn du hast mich getröstet und deiner Macht freundlich zugesprochen obwohl ich doch nicht einmal wie eine deiner Mägde bin ist das Gleichnis hier aber mein Herr ich bin doch nicht einmal Jüdin ich bin doch nicht einmal aus den auserwählten Stämmen sondern von Moabitern obschon ich nicht eine von euch bin habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen alles Bilder wie Gott sich ausstreckt zu uns heiden Halleluja du hast mich getröstet und du hast freundlich zugesprochen hier in meiner Schlachterübersetzung heisst es du hast zum Herzen in einer Fussnote in einer Randnotiz heisst es du hast mir freundlich zugesprochen heisst es wörtlich du hast zum Herzen deiner Macht gesprochen das ist was es hier heisst in einer Randnotiz von der Schlachterübersetzung also man könnte das so übersagen du hast mir freundlich zugesprochen oder du hast zu meinem Herzen gesprochen du hast zu meinem Herzen gesprochen grace spricht zu deinem Herzen und grace Gnade wärmt dein Herz Halleluja es spricht zu deinem Herzen und es erwärmt dein Herz ist nicht wunderbar zu meinem Herzen hast du wenn man immer du eine Botschaft über Gnade hörst spricht es zu deinem Herzen always weil ein Herz ist geistlich das Herz in der Bibel ist gleich Geist des Menschen Herz gleich Geist wenn die Bibel vom Herzen redet sie nicht vom physischen Organ das Blut pumpt von dem redet die Bibel nicht sondern die Bibel redet vom Herzen des Menschen von seinem Geist von seinem inwendigen Menschen denn der Mensch ist Geist Seele und Leib der Mensch ist ein dreidimensionales Wesen er ist Geist er besitzt eine Seele das sind deine Gefühle Emotionen der Wille und er lebt in einem Körper er lebt residiert in diesem Körper und in diesem Körper ist mein Geist und meine Seele und wenn jetzt die Bibel redet zum Herzen oder das Herz das verborgene Herzen des Menschen dann meint die Bibel immer unseren Geist weswegen redet die Bibel davon dass zu ihrem Herzen hat Boaz gesprochen zu ihrem Herzen sind diese Worte durchgedrungen weil Gnade nichts Natürliches ist Gnade ist etwas völlig Übernatürliches das du mit deinem Verstand nicht erfassen kannst siehst du die Gesetze die sind vom Verstand werden sie erfasst die Gesetze die zehn Gebote sind eine Sache des Verstandes du sollst nicht du sollst nicht du sollst nicht klar noch Fragen Kapitel eine Sache des Verstandes aber Grace ist eine Sache des Herzens und es braucht den Heiligen Geist für diese Offenbarung deswegen heisst es im Lukas 4 der Geist des Herrn ist auf mir weil er mich gesalbt hat die frohe Botschaft zu verkünden und dann das Gnadenjahr des Herrn der Geist des Herrn war auf Jesus um die Botschaft der Gnade verkünden zu können Grace ist nichts natürliches wird nicht mit dem Verstand erfasst Gnade sondern nur mit dem Herzen und deswegen wärmt es dein Herz Wann immer Jesus redet wärmt es unser Herz Halleluja und wenn wir ihn sehen in dieser Geschichte von Boas dann sind diese Worte sozusagen wie die Worte Jesu es sind freundliche Worte und es sind Worte die zum Herzen sprechen Halleluja die zum Herzen sprechen das Gesetz spricht immer zu deinem Verstand das Gesetz spricht immer zu deinem Kopf grace zu deinem Herzen wow thank you Jesus und jetzt liest sie diese Ehren auf sie liest Kilo um Kilo auf und sie hat mehr als genug sie geht nach Hause und sie können zu Abend essen weil sie mehr als genug hat wenn Jesus eingreift lesen wir Gunst auf Amen je mehr du unter deinem geistlichen Boas bist desto mehr Gunst wird passieren Boas sagte was bleib auf diesem Feld bleib hier auf diesem Feld geh auf kein anderes Feld je mehr du unter Grace bist je mehr du unter Gottes Gnade bist je mehr du unter Gunst bist wird Gunst passieren wird Gunst eine Folge sein bleib auf diesem Feld also sie hat also sie hat aufgelesen und sie hat was könnten wir anderes sagen Gunst aufgelesen Gunst aufgelesen vorher sagte sie einmal oder heisst es am Anfang vom zweiten Kapitel dort heisst es dass es sich so traf dass sie auf dem richtigen Feld war Gunst hat sie auf das richtige Feld geführt Gnade hat sie auf das richtige Feld geführt und jetzt ist sie da und für das dass sie völlig unqualifiziert ist nichts gelernt hat keine Ausbildung hat verdient sie mehr als alle anderen Boom Ups Ups Sie hat keine Ausbildung Sie ist eine Fremde und sie verdient mehr als alle anderen That's Jesus Das ist Jesus Vorher haben wir vom Lohn gelesen Jesus sind daran interessiert dass du einen guten Lohn hast Oh komm Helft mir ein wenig Jesus ist daran interessiert dass ihr einen guten Lohn habt Und zwar hängt es nicht ab von einer Qualifikation oder von einem Vitamin B Sondern wie viel Gunst ist in unserem Leben Und wie viel Gunst sind wir Oh wir können immer mehr Je mehr wir unter dem geistlichen Boss leben desto mehr sind wir unter Gunst Je mehr wir auf diesem Feld uns bewegen desto mehr sind wir unter Gunst Halleluja Denn der Glaube kommt durchs Hören von der Verkündigung Glauben an seine Gunst kommt durchs Hören vom Wort Und deswegen tut Gott Wunderwirkungen nicht aufgrund von was wir machen sondern aufgrund von dem Mass wie wir gehört haben Kolosser 3 Vers 5 Er tut Wunderwirkungen Er wirkt Kräfte in unserem Leben Nicht aufgrund von was wir gehört haben Sondern Schon wieder die falsche Stelle Wo ist sie? Galater Ich habe schon Letztes Mal habe ich die falsche Stelle gesagt Galater 3 Vers 5 Der euch nun den Geist erreicht und Kräfte in euch wirken lässt In einer anderen Übersetzung heisst es Wunder Wirken lässt Wie tut er es? Durch die Werke des Gesetzes Also durch unsere eigenen Werke Oder durch die Verkündigung vom Glauben Verkündigung vom Glauben ist Hören vom Wort Hören von der Botschaft Wie wirkt Gott Wunder? Wenn wir eine Umfrage machen würden Wie wirkt Gott Wunder? Dann würden wir in dieser Umfrage eine ganze Liste bekommen Ich muss das machen Und das muss ich machen Und mit meiner Frau muss ich im Reinen sein Und das muss in Ordnung sein Und Dies muss erledigt sein in meinem Leben Ich sollte weniger Alkohol trinken Das sollte weniger sein Je mehr Mühe ich mir gebe Umso mehr Wunder erlebe ich Wir würden eine ganz glatte Liste bekommen Wäre ganz lustig Alle möglichen Dinge Werden da drauf Ich müsste zugeben Ich müsste zugeben dass ich mit fünf Jahren den Kanarienvogel erschossen habe mit meinem Luftgewehr Und dass ich den Teddybär meines Bruders vergraben habe Und bis heute ist er vermisst Wir würden eine glatte Liste bekommen Was Menschen sagen würden um mehr Wunder Stimmt's? Wir würden eine glatte Liste bekommen Bist du daran interessiert mehr Wunder zu sehen? Ich schon Hey Dafür kannst du mich haben Amen Mehr von Gottes Kraftwirkungen Mehr von Gottes Wunderwirkungen zu sehen Okay Und wenn ich das fragen würde und jeder würde aufschreiben Okay Wie kommt es denn dazu? Was führt dazu dass du mehr Wunder siehst in deinem Leben? Oh ich sage dir das würde wirklich vom Kanarienvogel bis zum Teddybären würde es gehen In Zukunft will ich wieder besser mit meiner Frau sein Oder wieder gut mit meinem Mann sein Sich mit den Kindern versöhnen Wir würden eine ganze Liste haben Eine ganze Liste Die wir uns sparen können Weil die Liste ist schon da Der euch nun den Geist darreicht und Kräfte In der Elbefelder heisst es Wunder wirkt Tut er es durch die Werke des Gesetzes Oder tut er es durch das Hören Denn von der Verkündigung ist dasselbe Wort im Griechischen Vom Hören Vom Glauben Wie erleben wir mehr Wunder? Wenn wir mehr von dieser Gnade hören Von dieser Gunst hören Erwarten wir mehr Gunst Wir sehen mehr Gunst Wir beginnen nämlich ganz plötzlich in den kleinen Dingen unseres Lebens Gunst zu erleben Hast du das auch schon bemerkt? In den ganz kleinen Dingen siehst du plötzlich Gunst Plötzlich beginnt sich dein Auge zu öffnen Wow Hey Gestern hat uns jemand angerufen und das und das hat er erledigt Wir wollten doch übermorgen das Einkaufen gehen oder uns anschauen gehen Und jetzt haben wir es schon Wir sparen Zeit Wir sparen Geld Wir sparen Benzin In den kleinen Dingen beginnen wir Gunst zu sehen Wenn wir realisieren dass wir unter Gunst stehen unter seiner Gnade stehen dann sehen wir in kleinen Dingen beginnen wir sie zu sehen Und von dort nimmt es zu Von dort nimmt es zu Ehren aufzulesen ist etwas Kleines Körner aufzulesen ist etwas Kleines Aber jetzt liest sie ganze Büschel auf Amen Sie beginnt in den kleinen Dingen Aber jetzt nimmt sie ganze Büschel und sie lassen extra Büschel fallen Und sie nimmt diese Büschel und zum Schluss ist sie verheiratet Oh Halleluja Ist es nicht eine wunderbare Liebesgeschichte der Erlösung Ein Mann möchte das Beste für seine Frau Einer der noch ganz bei Trost ist Der will das Beste für seine Frau Stimmt's? Okay Männer sind kein Fehler im System Okay Ein Mann will das Beste für seine Frau Er bewahrt sie er behütet sie er will das Beste für seine Frau für seine Familie Das will Jesus für seine Braut Er will das Beste Und wenn er das Beste für die Braut will dann will er das Beste individuell für uns deswegen haben wir Ruth als eine Person individuell Siehst du oftmals sagen Ja das stimmt Jesus will das Beste für seine Gemeinde aber das ist unpersönlich Die Gemeinde ist so gross weltweit Stimmt's? Deswegen ist Ruth in der Bibel Er will das Beste für Ruth und du bist Ruth Weil Ruth ist ein Bild für den Gläubigen Halleluja It's a beautiful story Eine wunderbare Geschichte Persönliche individuelle Geschichte Ein Bild dessen wie Gott dich sieht Ein Bild wie Gott dich sieht Gott sieht dich im Typus von Ruth im Bild von Ruth weil er im Bild Boaz seinen Sohn sieht Halleluja Nächstes Mal schauen wir uns an Wie Es gibt noch viel anzuschauen nächstes Mal Lass mich das hier schnell anteasern Untrailern Okay Ruth 3 Vers 1 Dann schliessen wir ab Schau mal an Das Rohmodell einer Schwiegermutter Ruth 3 Naemi aber Das sind Schwiegermütter die man sich wünscht Naemi aber ihre Schwiegermutter sprach zu ihr also zu Ruth Meine Tochter sollte ich dir nicht Ruhe verschaffen damit es dir gut gehen wird Die richtige Schwiegermutter Sie macht ihr keinen Ärger sondern sie verschafft ihr Ruhe Amen Dass es dir gut gehen will Und weisst du das hat damit zu tun Wir müssen den nächsten Vers noch lesen damit du siehst von was das hier redet Und nun ist nicht Boaz immer noch Naemi die redet Ist er nicht bei dessen Mäkten du gewesen bist unser Verwandter siehe er wurfelt diese Nacht auf der Gerstentenne Was macht hier Noemi Sie verkuppelt Sie will Ruth verkuppeln mit ihrem Verwandten Das ist eine gute Schwiegermutter Wenn sie dich mit Jesus verkuppelt Amen Wenn sie dich mit Jesus verkuppelt Sie will sie verkuppeln Und sie sagen Hey, hey, hey Heute Abend Heute Abend ist er da Und sie haben es glatt Sie würfeln In der Nacht Würfeln Nicht würfeln Zuerst Wurfelt er Und dann würfeln Und das ist deine Gelegenheit Das ist deine Gelegenheit Um dich noch bekannter zu machen Nun, wir werden nächstes Mal anschauen wie diese Geschichte verläuft Weil hier siehst du eine erstklassige weiterführende Geschichte Wie wunderbar es ist Wenn göttliche Beziehungen entstehen Was für ein Segen darauf ist Wenn göttliche Beziehungen entstehen Amen Halleluja Das sollten wir auch Immer in unseren Gebeten halten Für unsere Kinder und Teenager heute Dass göttliche Beziehungen entstehen Nicht einfach nur aus dem Fleisch oder natürliche Beziehungen Sondern göttliche Divine Divine Connections Göttliche Verkupplungen Amen Und wenn du wissen willst wie das weiterläuft Dann kann ich dich nur ermutigen Das nächste Mal wieder zu kommen Okay Praise the Lord Halleluja Lass uns aufstehen Vater, wir danken dir so sehr Für die Bilder im Buch Ruth Danke, Herr, für unseren geistlichen Boas Unseren himmlischen Boas Welcher Jesus Christus ist Wir haben eindeutig und klar gesehen heute Wohlstand ist dein Wille, Herr Du versorgst uns Du versorgst uns nicht nur gerade knapp Oder gerade genug Sondern, oh Halleluja Mit mehr, mehr, mehr als genug Und zwar im Überfluss Und Grace Und Gunst Die im Kleinen beginnt Halleluja Beginnt erst dort Und wird mehr und mehr In unserem Leben sichtbar werden Und grössere Gunst Und noch grössere Gunst Wird durch dich allein Nicht durch unsere Fähigkeiten Nicht durch unsere Beziehungen Oder das, was wir tun könnten, entstehen Sondern durch dich allein Danke, Jesus Danke für dieses typologische Buch Herr Ruth Die Liebesgeschichte der Erlösung Und vor allem, was wir darin sehen Die Rechte, Vorrechte und Privilegien Die wir haben Heute Als gläubige Christen Wenn wir Erlöst sind Von unserem himmlischen Löser Jesus Christus Amen Und Amen Preis dem Herrn Also, verstehst du das Buch Ruth? Es zeigt uns nicht nur den Weg auf Wie jemand zu Jesus findet Überhaupt nicht Eigentlich Es zeigt uns auf Wie das Leben sich Intern da drin abspielt Wenn wir einmal bei ihm sind Halleluja Wie er sich um uns kümmert Wie unser Leben Sich durch sein Kümmern Und sein Versorgen abspielt Thank you Lord